aber wir fehlen jetzt nur noch ein paar hundertstel glaube ich und ja ich bin nicht sonderlich gut gefahren muss ich sagen bis jetzt da geht so einiges wie man an meiner zeit und im ersten welt rekord erkennen kann der Gang verloren leider die riesige Kater have you seen this how he is cutting the corner did you see this Zack this this is enough this is enough ja sicher Zack da ist er Neon TV Neon TV right ahead of me ja very nice track very nice track guys i like the mod i like the colors i like this color i like this color i like this color um at first i thought it's ice track but it's not but i like tech maps so this is really nice AT metal is 50 äh äh 52 point 21 also 52 2 1 sollte drin sein also man sieht den gap auch schon wieder zwischen ersten welt rekord und mir also da geht einiges ja mache heute aber einen break also heute keinen stream leute ähm auch wenn der track sehr cool ist also ich würde ihn gerne handen aber ja so i'm gonna take a break today guys no stream no live stream today um even though the track is really nice the track is really nice and it's a long track it's not like 30 seconds it's 50 seconds thumbs up see you tomorrow maybe see you tomorrow maybe no